Dann lasst uns anfangen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch etwas erzählen über meine Zeit im Recurse Center, wo ich dieses Jahr drei Monate verwacht habe. Und was mir so gut gefallen hat, dass ich dachte, ich nehme mal ein bisschen von dem, was ich da so erlebt habe, und trage das in die Welt rein und zeige euch das. Ich bin Dinri, ich mache viel interaktiven und visuellen Kram und so. Und, naja, Recurse Center, das stand auf der Titelfolie, aber ich muss euch natürlich erst mal erzählen, was das Wort ist. Wenn man auf die Website guckt, auf Recurse.com, dann ist die Selbstbeschreibung A self-directed, community-driven educational retreat for programmers in New York City. Und ich finde, das betreibt das relativ kurz und knapp, worum es da geht. Also, self-directed heißt irgendwie, die Leute, die dort hingehen, bestimmen selbst, was sie mit ihrer Zeit anfangen. Es gibt irgendwie keinen Unterricht oder sowas, sondern die Leute überlegen sich selbst, die haben selbst die Verantwortung, zu gucken, was sie mit ihrer Zeit anfangen. Community-driven irgendwie, es gibt viele Programmen, was dort passiert. Es gibt Vorträge und Workshops und so weiter, aber es wird halt von den Leuten, die dort hingehen, selbst organisiert, sagen. Genau, educational retreat, das heißt, Leute nehmen sich eine Auszeit oft aus ihrem Beruf oder machen das zwischen Berufswechseln oder sowas und gehen da hin, um sich Aufgaben zu konzentrieren, der sie interessiert. Das geht ums Programmieren. Genau, und das ist in New York, was eine sehr, sehr geile Stadt ist. Und genau, ich habe gesagt, Auszeit nehmen sich Leute. Oft ist es so, also ein normales Batch eines Aufenthalts dort geht drei Monate oder zwölf Wochen lang. Es ist aber auch möglich, nur ein halbes Batch hinzugehen, also in sechs Wochen. Und was die Macher dort eingeführt haben, ist auch, dass man, falls man sich nicht im Beruf zum Beispiel so lange Auszeit nehmen kann, dann geht man halt für eine Woche dorthin, nimmt trotzdem ein bisschen was von der Kultur mit, wird irgendwie ein bisschen Teil der Community dort. Und das ist dann ein sogenanntes Mini-Batch. Auf der Webseite gibt es so eine große Tabelle, wo sie auflisten, wann die Batches sind, wann die starten, ob man sich noch darauf bewerben kann und so weiter. Und da kann man sehen, welche Batches gerade geplant sind für die nähere Zukunft. Das Recurse Center ist in Brooklyn. Wenn ihr euch New York vorstellt und Manhattan als diese langgezogene Insel, die da im Norden der Karte aus dem Bild läuft, dann ist Brooklyn die Insel südlich davon. Und das Recurse Center ist dort in Brooklyn ziemlich in der Innenstadt. Ist eine Lage, die relativ günstig gelegen ist von der Verkehrsanbindung her. Irgendwie viele U-Bahn-Stationen halten da in der Nähe. Irgendwie die Unterkünfte in Brooklyn sind nicht so krass teuer wie in Manhattan zum Beispiel. Früher war das Recurse Center in Manhattan und es ist umgezogen vor einem Dreivierteljahr ungefähr, ohne ein bisschen zugänglichere Lage zu haben, was das Wohnen angeht auch. Genau. Und wenn man da vorbeikommt, dann sieht das erstmal recht unauffällig aus. Also eigentlich ist das nur zu erkennen an diesem kleinen laminierten Zettel, der da über den Klingelschildern hängt. Da steht irgendwie Recurse Center drauf und dass man Klingeln drücken kann, um da reinzukommen. Und in diesem Gebäude, wo es drin ist, im vierten und fünften Stockwerk, nimmt es dann halt zwei komplette Etagen ein. Das ist eine Karte, die ich gezeichnet habe während meines Aufenthalts dort. Und da seht ihr halt, das gibt in beiden Etagen relativ große zusammenhängende freie Flächen, die irgendwie flexibel genutzt werden können. Plus jede Menge Seitenräume irgendwie auf beiden Etagen. Und grundsätzlich ist die Unterteilung da so, dass die vierte Etage halt so als Social Floor genutzt wird irgendwie. Da ist eine Küche drin, da gibt es irgendwie Sitzecken, wo man gemütlich quatschen kann und so. Da gibt es viele Arbeitsstellen auch, wo man irgendwie Gruppenarbeit machen kann. Und im Gegensatz zu der fünfte, die fünfte Etage ist tatsächlich explizit für eher stillere, konzentrierte Arbeit gedacht. Da gibt es auch viel Tischfläche, wo man sich hinsetzen kann, wenn man sich tatsächlich auf irgendwas konzentrieren will. Und ich fand das total klug und angenehm, irgendwie das so zu trennen, dass man sich irgendwie in jedem Moment aussuchen kann, was man gerade braucht irgendwie. Ob man sich selbst auf was konzentrieren will oder ob man was in der Gruppe machen will und dabei irgendwie genau ein bisschen mehr Trubel haben will. Und zwischen diesen beiden Ebenen hin und her zu wechseln, fand ich spannend. Und das ist auch gleichzeitig herausfordernd, weil man manchmal das Gefühl hat, man macht das immer falsch. Wenn man zu viel unten ist, irgendwie ein bisschen Zeit verplempert oder so, denkt man sich, ich möchte da eigentlich konzentrierte Anliegen arbeiten. Wenn man oben ist, denkt man vielleicht, ich sollte eigentlich mehr Zeit mit Leuten verbringen. Dazwischen die Balance zu finden, ist nicht ganz einfach. Aber dass es die Trennung gibt, finde ich gut. Genau. Was sieht man sonst noch auf der Karte? Es gibt vier Toilettenräume insgesamt. Die beiden unten sind getrennt nach Women's and Men's Restrooms und die beiden oben sind geschlechtsreutral, sodass man sich aussuchen kann, welche man am liebsten benutzen möchte. Genau. Ich habe euch ein paar Fotos mitgemacht. Die habe ich mal gemacht an einem Samstagabend, irgendwie spät in der Nacht, als wenig Leute noch da waren, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie es da aussieht. Das ist jetzt die vierte Etage, also der Social Floor. Was sehen wir da? Irgendwie viel Tischfläche. Im Hintergrund sind ein paar Sofa aus einer Sitzecke. Wenn man sich ein bisschen weiter nach rechts dreht, von da aus ist hier eine Fläche für Präsentationen. Es gibt wöchentlich, Donnerstagabends, irgendwie Präsentationen, wo Leute erzählen, was sie so gemacht haben. Und gleichzeitig an der Wand seht ihr diese alten Retro-Computer stehen. Das ist das Retro-Computer-Museum. Und da kümmern sich tatsächlich Leute drum, dass die auch laufen. Das ist ziemlich cool. Also irgendwie fast alle dieser Maschinen wurden während meiner Zeit dort mal repariert, zumindest, dass die mal gelaufen sind und man die anschalten kann und irgendwie gucken, dass man damit was programmieren kann. Genau, es gibt diese kleine Kochecke in dem Space. Rechts daneben ist ein Bereich, wo man essen kann. In der Küche haben sie einen öffentlichen Kühlschrank und einen privaten sozusagen. Und alles, was im öffentlichen Kühlschrank landet, ist halt Free-for-All im Wesentlichen. Man kann sich das einfach rausnehmen. Genauso sind auch die Schränke so getrennt irgendwie nach communal shelves und private shelves. Genau, unten gibt es zwei relativ große Workshop-Räume. Wenn man da irgendwie Lust hat, Leuten was beizubringen oder über irgendwas zu diskutieren oder so, kann man sich halt im Kalender einfach dort einen Termin klicken für sozusagen und dann findet das da statt, was man vorhat zu tun. In beiden Räumen gibt es entweder einen Projektor oder große Bildschirme. Es gibt unten noch so einen Hardware-Raum voller Kabel und Lötkram und Bastelkram und außerdem Brettspielen, sehr wichtig. Und rechts steht so ein kleines Rechencluster rum. Das sind irgendwie vier Rechner, die gesponsert wurden von der Firma namens Heap und da sind halt dicke Grafikkarten drin und falls man irgendwie Anwendungen hat, die zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Machine Learning oder sowas irgendwie Anwendungen brauchen, wo man schnell große Datenmengen verarbeiten will, kann man sich da mit SSR drauf einwählen und irgendwie Kram drauf machen. Das ist praktisch das da zu haben zumindest. Genau, Google-Eye ist alles besser. Gibt es auch halt viele große Tischfläche irgendwie und für mich war das immer so ein bisschen ähnlich wie die Arbeitsumgebung in der Bibliothek so. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber so ein bisschen alle arbeiten halt konzentriert vor sich hin und ich finde das immer total angenehm, irgendwie in so einem Umfeld zu sein. So ein bisschen fühlte sich das da an. Ganz hinten sieht man noch so diese Stellwände. Dahinter ist der Napspace, der ist gefüllt mit Schlafsecken und weichen Decken und so, wenn man sich da mal irgendwie zurückziehen will und zwischendurch ein Auge zu machen, geht das auch. Genau, es gibt tatsächlich auch hinten eine kleine Bibliotheksecke. Das ist irgendwie ganz gut bestückt, finde ich, irgendwie sortiert nach verschiedenen Kategorien über Grammiersprachen, Betriebssysteme und so weiter. Eine kleine Sitzecke davor. Im Hintergrund die Tür, die da offen ist, führt zu einem Raum, ich glaube den Wellness Room nennen sie das, ist zum Beispiel für Childcare auch gedacht. Wenn Eltern dort hinkommen, können sie da ihre Kinder füttern zum Beispiel und das ist auch ein ganz guter Rückzugsaussort, wenn man mal meditieren will oder sowas, kann man sich diesen Raum nehmen und ist da ein bisschen für sich. Genau. Und oben hängt auch noch dieses Bild, wo wichtig ist, noch mal zu unterstreichen, also auf Französisch steht dort, dies ist keine Schule. Tatsächlich gibt es halt kein Lehrprogramm oder sowas, dem man sich da untersetzt, sondern sie geben einem die Verantwortung, irgendwie selbst zu entscheiden, was ist für mich gerade am wichtigsten und am interessantesten. Und das ist eine Chance und das ist auch ganz schön schwierig manchmal. Ich glaube für viele Leute, die das nicht kennen, ist es halt ein bisschen herausfordernd, irgendwie zu gucken, was fange ich mit meiner Zeit am besten an in dieser Situation. Okay, wie bin ich da hingekommen überhaupt? Ich glaube, mein allererster Kontakt, den ich hatte zum Recurse Center, war ein Vortrag vor zwei Jahren oder so auf einer kleinen Konferenz in Berlin, die heißt die AlterConf. Und da hat eine Vortragende irgendwie so in einem Nebensatz oder sowas gedroppt, irgendwie, dass es das gibt und dass das irgendwie ganz interessante soziale Regeln hätte und so. Und ich habe das, glaube ich, nachgegoogelt oder sowas und fand das total spannend. Und habe damals nicht wirklich darüber nachgedacht, dass ich da tatsächlich auch selbst hin könnte. Ich habe das nur irgendwie bewundert aus der Ferne. Und genau, später habe ich dann irgendwann Moritz kennengelernt, der hier in der zweiten Reihe sitzt und festgestellt, dass er auch mal da war. Und später auch in Berlin auf einer anderen Konferenz ein paar Leute getroffen, die da waren. Und das hat alles so mit mir resoniert irgendwie, was ich davon gehört habe, dass ich dachte, ich könnte mich da eigentlich auch bewerben. Und das habe ich dann Ende letzten Jahres getan. Was da passiert, ist ein bisschen mehrschrittiges Verfahren. Es gibt am Anfang eine schriftliche Bewerbung, die man schreibt. Das ist im Wesentlichen ein Formular auf deren Website. Das ist nicht allzu lang. Da wollen Sie so ein bisschen hören über den eigenen Hintergrund und auch, was man sich erhofft von der Zeit. Irgendwie. Ja, genau. Welche Vorstellungen man hat von diesem Ort, welche Ideen man hat, was man da tun könnte zum Beispiel. Sie wollen so ein bisschen auch einschätzen können, wie gut man ist im Programmieren. Das heißt, man verlinkt denen ein größeres Softwareprojekt, das man in der Vergangenheit mal gemacht hat, dass sie sich ein bisschen einen Eindruck machen können von den eigenen Programmingkenntnissen, die man gerade hat. Und ich glaube, eine Frage ist noch, was man im vergangenen Monat, was das Interessanteste war, das man gelernt hat oder so, wo Sie ein bisschen sehen können, was beschäftigt den Menschen, wie eignet er sich Wissen an zum Beispiel. Es gibt auf der Webseite auch so eine Liste von Dingen, nach denen Sie suchen in Bewerbern. Das sind diese Sachen, dass man Spaß am Programmieren hat, dass man darin besser werden möchte, dass man irgendwie self-directed ist, das heißt, dass man ein bisschen Erfahrung damit hat, seine eigene Zeit einzuteilen und irgendwie zu gucken, was man lernen möchte. Genau. You're sharp, you're friendly, you're curious. Das sind so die Sachen, nach denen Sie ein bisschen gucken beim Bewerberungsverfahren. Genau. Und was Sie dann zum Beispiel etwas abklopfen können, so in einem Videointerview, das jetzt ist passiert. Danke. Das findet über, genau, es ist ein Videotelefonat im Wesentlichen, wo man mit einem Menschen, der früher selbst mal im Bekurs hinter war und teils viel Ahnung von der Kultur hat, einfach ein bisschen quatschen kann. Es ist auch eine gute Gelegenheit, Fragen zu stellen darüber, was einen so beschäftigt, irgendwie, was man da so denkt und umgekehrt auch für die noch mal eine Chance zu sehen, was erhofft man sich da eigentlich, was verspricht man sich von dem Aufenthalt dort und ob man da gut reinpassen würde. Und der zweite Teil ist ein Pairing-Interview, wo man tatsächlich mit einer Person über Screensharing online ein bisschen Pair-Programming macht an einem kleineren Projekt. Das läuft dort so, dass sie eine Liste von Vorschlägen haben, von irgendwie Programmierprojekten, wo man so die Hälfte erst mal selbst programmiert, zu Hause irgendwie als Vorbereitung und dann die zweite Hälfte zusammen mit einer Person einen Erhalt da führt. Wie es ist, mit einem zusammenzuarbeiten im Wesentlichen. Das ist das, was Sie da sehen wollen. Genau. In meinem Fall, ich habe angefangen, einen Interpreter zu schreiben für eine esoterische Programmiersprache namens Bifanisch und dann mit der Person dachte ich mir, implementiere ich mehr Befehle. Wir sind überhaupt nicht weit gekommen. Ich habe mir, glaube ich, viel, viel mehr vorgenommen, als wir dann geschafft haben. Aber das ist vielleicht relativ typisch. Naja. Spaß gemacht hat auf jeden Fall und das war, also alle Schritte dieses Bejahrungsprozesses sind super locker. Habe ich sehr, sehr angenehm empfunden. Genau. Auf dieser Folie steht Money. Wie ist das mit den Kosten des Ganzen? Es ist so, dass das Recurse-Center kostenlos ist. Was nicht kostenlos ist, in New York zu sein. Da ist halt alles teuer. Es ist echt krass. Also, weiß nicht. Ich habe dafür ein kleines Zimmer irgendwie an Miete bezahlt. Das ist dreifache, was ich sonst da bezahle, wo ich wohne. Ja. Und irgendwie Essen ist rückwärts teuer irgendwie. Ja. Habe ich vorher wahrscheinlich sogar unterschätzt. Ich glaube, die FAQ, der das Recurse-Center sagt, so was wie, also normalerweise Leute für dreimonatigen Aufenthalt bezahlen die so zwischen 6.000 und 10.000 Dollar ungefähr insgesamt. Für alles. Und was ich gut finde, ist, dass sie dann gleichzeitig den Deal haben. Also, da könnte man jetzt denken, das bleibt ein relativ exklusiver Verein irgendwie, wenn das so teuer ist, da ist zu machen. Sie haben die Regelung, dass wenn man sich das nicht selbst leisten kann, geben sie einem finanzielle Unterstützung. Das kann man beantragen. Ich glaube, das ist nicht super zwingend, dass das klappt, wenn man das beantragt. Aber man kann das auf jeden Fall beantragen. und genau, die haben halt extra Ressourcen dafür bereitgelegt, das Menschen zu ermöglichen, dorthin zu gehen. Genau. Es gibt gleichzeitig auch Fellowships. Das richtet sich an Leute, die aus unterrepresentierten Gruppen in Tech kommen. Da erzähle ich nachher noch ein bisschen was zu. Genau. Okay. Und dann die andere Seite. Wie kann sich das Recurse-Center das überhaupt leisten? Was ist deren interne Finanzierung? Die haben letztendlich hintendran noch so eine Art Recruiting Agency. Das heißt, wenn man dort war und danach einen Job haben will, helfen die einem irgendwie Kontakt aufzunehmen zu Firmen irgendwie und dann einen guten Job zu finden. Und ich finde total spannend, dass das so ein Modell ist, was irgendwie eine totale Win-Win-Situation ist. Die Leute, die dort hingehen, also denen wird es leichter gemacht, einen Job zu finden. Die Firmen kriegen irgendwie fähige Leute und alle profitieren davon, dass sie kostenlos dieses Programm mitmachen können. Letztendlich läuft das so, dass wenn das Recurse-Center jemandem eine Firma vermittelt, dann bekommt das Recurse-Center 25 Prozent des ersten Jahresgehalts. Genau. Das ist so der Deal. Ja. Genau. Das fing irgendwie an vor, ich weiß, ich habe wenig über die Geschichte rausgesucht und es fing an irgendwie unter dem Namen Hack-Router, was sich Leute mal ausgesagt haben, oder relativ schnell unbenannt in Hacker-School. Das ist ein Name, den man tatsächlich an mehreren Stellen noch findet. Und vor einigen Jahren haben sie dann noch mal gesagt, es ist ja gar keine Schule, das ist ein Teil, der überhaupt nicht passt. Jetzt heißt es halt das Recurse-Center. Okay. Wenn man dort hin möchte, ich habe eine kleine Folie namens Housing. Wie findet man Unterkünfte in New York? Das ist, das fühlt mir ziemlich leicht, weil es so ein internes Forum gibt, wo Leute, die eh irgendwie ein Zimmer frei haben oder so, die früher vielleicht selbst ein Request-Router waren, halt Zimmer untervermieten im Wesentlichen. Und da ging es für mich total schnell, irgendwie jemanden zu finden, wo ich wohnen konnte. Bei einer Person, die vor sechs Jahren oder so mal da war, genau, und ein Zimmer halt irgendwie dreimonatig immer untervermieten an Leute, die außerdem mit einer Katze zusammenwohnte, was vielleicht ein wichtiger Bestandteil war, dass ich eine Person angetrieben habe. Das ist Adina mit ihrem Lieblingsspielzeug. Das ist ein Fisch gefüllt mit Katzenminze an einem Stab. Und sie ist nicht besonders fotografiert, offenbar. Okay. Was habe ich dort gemacht? Das ist ein Bereich, den ich glaube, ich relativ kurz halten möchte, weil es letztendlich gar nicht so richtig entscheidend ist. Aber also grundsätzlich, ich habe mir vorher überlegt, okay, was sind so Bereiche, die mich interessieren würden? Und da gibt es super viel. Aber ich habe beschlossen, mich zu konzentrieren auf Dinge, die für mich selbst irgendwie ein bisschen gruselig oder mysteriös erscheinen, wo ich nicht viel Ahnung davon habe und die ich versuchen wollte, in diesen Monaten so ein bisschen zu entzaubern für mich. Und das war vor allem halt Low-Level-Kram und Machine Learning. Das waren so die beiden Dinge. Also ich habe mir irgendwie den x86-Befehlsatz angeguckt und mal diese Intel-Handbücher gelesen und so. Haben wir geguckt, wie man mit LVM Compiler baut, irgendwie wie das ELF-Format funktioniert und fand das alles super spannend. Genau, wie man für Linux-Könnel-Module baut oder sowas. Wir haben festgestellt, naja, also letztendlich manchmal sind wir so ein bisschen auf die Jagd gegangen zusammen, irgendwie, wie kann man jetzt zum Beispiel einen Tastatur-Treiber nehmen und da Tasten ummappen oder sowas, dass beim Tastendruck irgendwie zwei Tasten hin- und her- switchen, irgendwie das war eine relativ lustige Aufgabe. Genau, ich bin gekommen durch Leute, die da waren, tatsächlich auf so Security-Kram, zusätzlich irgendwie Binares analysieren oder sowas, habe ich vorher auch nie gemacht. Da gab es halt Leute, die richtige Ahnung davon hatten und irgendwie mir ein bisschen was davon vermitteln konnten. Es gab irgendwie ungefähr in der Hälfte meiner Zeit so ein internes CTF irgendwie, wo ich viel, viel gelernt habe, wo ich mich vorher einfach nie mit beschäftigt habe. Ein bisschen Machine-Learning-Kram habe ich gemacht, hauptsächlich so Textgenerierungsmodelle. Es gibt ja dieses Kpt2, wo man einen Text reinkippt im Wesentlichen und das rät dann das nächste Wort sozusagen und wenn man das wiederholt, dann führt es einfach den Text, den man gerade hat, in einem ähnlichen Stil fort und das ist ein Modell, was man feintunen kann und dann verschiedene Sachen basteln irgendwie. Mal Fantasy-Bücher reingekippt, dann hat es die Charaktere aus diesem Universum gelernt und irgendwie halt neue Dialoge zwischen denen generiert. Das war ich total faszinierend, dass das so einfach ging. Oder eine andere Person hat eine Song-Datenbank abgegrast im Wesentlichen für Gitarren-Chords irgendwie über Texten und das haben wir in das Modell gekippt und dann hat es hauptsächlich Love-Songs generiert aus irgendeinem Grund. Aber ja, halt mit Akkorden drüber, die, wenn man sie gespielt, wir haben versucht, das mal zu improvisieren und zusammen aufzuführen und irgendwie das ging so einigermaßen. Genau, oder This Recursor, Das Not Exist war ein Projekt, wo wir die Profiltexte genommen haben von, also Selbstbeschreibungen von Leuten, die da waren im Wesentlichen und dann neue Leute erzeugt haben daraus. Das war immer so ein bisschen traurig, weil man dann so eine Profilseite hatte von einer Person, die total interessant wirkt eigentlich, aber dann fällt einem, die gibt es eigentlich gar nicht. die Sachen sind so ein bisschen was, wo ich mich eh schon vorher wohler mitfühlte, irgendwie so visueller Kram, Animationen machen, bisschen 3D-Dinge und so. Jemand hat ein Event gemacht, während ich dort war, das nannte er Coding from Life. Das ist so ein bisschen wie Drawing from Life, wo man irgendwie ein Stillleben von hat und es abzeichnet, aber in dem Fall halt mit Code. Also die Idee war, dass Leute sich da hinsetzen und mit ihrem Lieblingsgrafiksystem, was man irgendwie coden kann, dann dieses Stillleben nachbilden. Ob das jetzt CSS-Art ist oder ob sie sich ein SVG zusammenschreiben oder sowas, das hat viel Spaß gemacht. Ja, und noch einen Haufen anderen Kram. Wir haben Spiele gebaut. Wir haben festgestellt, dass man in X.org mehrere Mäuse anschließen kann und dann seit ein paar Versionen auch tatsächlich mehrere Mauszöger, die man unabhängig voneinander bewegen kann, haben kann. Und da haben wir so Simulationen geschrieben, dass die Gravitationen haben und umeinander kreisen oder am Bildschirmrand abbouncen oder sowas. Das hat Spaß gemacht. Genau. Technischen Szenen. Gab halt irgendwie relativ viel sozialen Kram, der da passiert ist. Ich jongliere gerne, da habe ich irgendwie Leuten das beigebracht. Wir haben ganz viele Ausflüge in New York zusammen gemacht. Zu den Coffee Chats erzähle ich nachher noch ein bisschen was. Es gibt dann Bezüge zu anderen Gruppen, zum Beispiel zu NYC Resistor, wo einige Leute einfach in beiden Clubs Mitglieder sind sozusagen, wo es manchmal Ausflüge hingab. Genau. Ein bisschen Kunstkram. Ich habe viel meditiert und ganz viel günstige Pizza gegessen. Denn im Gegensatz zu einem anderen Essen in New York ist Pizza quasi kostenlos. Genau. Und hauptsächlich möchte ich euch erzählen etwas über die Kultur, die ich da erlebt habe, weil das super interessant ist. Oben in dieser Sitz-Ecke bei der Bibliothek hängen an der Wand diese Sticke rein. Make mistakes, ask anything, and you can do a lot in a day. Und das enkapsuliert schon so ein bisschen die Fehlerkultur, den Umgang mit Fehlern, die sie da haben. Dass es halt völlig okay ist, irgendwie Schwächen zu zeigen. Und das habe ich als super angenehm empfunden. Das wird so ein bisschen formalisiert in diesen vier sozialen Regeln, die es gibt im Request-Sender, die sich einfach über die Jahre herausgebildet haben, wo sie gesehen haben, irgendwie bestimmte Dinge klar zu formulieren, was man so für Erwartungen hat an Leute. Hilft total bei einem angenehmen Miteinander. Hier hängen die auf so einem Schild, das ist dieses schwarz Eingerahmte da, an der Wand. Und ich dachte, da gehen wir mal kurz durch und ich beschreibe euch ein bisschen, worum es da geht. Die erste Regel, nennen sie No Feigning Surprise. Also keine Überraschung vorspielen sozusagen. Und da geht es darum, dass wenn eine Person sagt, okay, dieses oder jenes Konzept kenne ich nicht. Oder was ist das? Dass man dann nicht darauf antwortet, sowas wie, was, du kennst das nicht, du bist doch gar kein echter Programmierer, wenn du nicht bla 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 kennst. Also ich habe hier immer so ein Beispiel drunter, wenn jemand sagt, what's the command line? Und dann antwortet jemand, wait, you've never used the command line. Und das ist halt eine Antwort, eine Art von Reaktion, die die erste Person irgendwie darin hemmt, in Zukunft Fragen zu stellen oder Schwäche zu zeigen. Und das ist schlecht. Insofern ist da die Bitte, nicht auf die Art und Weise zu reagieren, sondern das vielleicht dessen umgekehrt, man kann das ja auch als Chance sehen, der Person dieses Konzept, was irgendwie so bekannt und cool ist, diese Person zu zeigen. Irgendwie dann nimmt man die halt an der Hand und zeigt der Person die Grundseile. Das ist eigentlich ganz schön. Es gibt xkcd 1053 in dem Fall, was ein well-event xkcd ist, zum Thema Mentos und Cola, glaube ich. Genau, die zweite Regel, no well actuallys, also keine, ja, aber eigentlichs, wo, ich schüpfe mal gleich ins Beispiel rein, I just installed Linux on my computer. Und die andere Person, it's actually called GNU Linux. Und es gab sicherlich in meinem Leben mal Zeiten, wo ich vielleicht auch geneigt gewesen wäre, solche Einwände zu machen, aber in dem Rahmen dieser Diskussion ist das halt nicht förderlich. Es ist irgendwie kein konstruktiver Einwand und kann im Gegenteil irgendwie ablenken von dem, worum es da eigentlich geht. Insofern wird darum gebeten, naja, diese Einwände vielleicht zurückzuhalten, bis absolut klar ist, dass die Diskussion ohne diese Korrektur nicht weitergehen kann. Ja. Die dritte Regel ist so ein bisschen ausgelegt auf die Pair-Programming-Kultur, die es da sehr viel gibt. No-Backseat-Driving würde ich frei übersetzen mit so etwas wie kein Einmischen oder so was. Das heißt, wenn zwei Leute irgendwie vor einem Computer sitzen und zusammen an was rumprogrammieren und eine dritte kommt vorbei und hört irgendwas und hat irgendwas auf und labert dann von außen so rein, was vielleicht in dem Moment gar nicht erwünscht ist, total raus. Und ja, in dem Fall, genau, das Beispiel, das ich hatte, irgendwie zu unterhalten sehe ich, what's the name of the string copy function und Alice sagt, ist das schon ein Copy. Und dann ruft Yves quer durch den Raum irgendwie, you should use still copy, it's safer. Was in dem Fall für die beiden vielleicht nicht super wichtig ist. Und da ist dann der Vorschlag, dass wenn man einen Einwand hat oder irgendwas bemerkt in der Unterhaltung dieser beiden, wo man denkt, das ist wirklich wichtig in diesem Fall, dann ist die Bitte, das nicht einfach reinzurufen, sondern halt hinzugehen, irgendwie die Gruppe zu fragen, ob man kurz sich dazu setzen kann und das zusammen aber weiter. Und dann ist das auch in Ordnung. Genau, die vierte Regel, no subtle isms, keine subtilen ismen, das ist so ein Ding, was auch in Veranstaltungen, die ich aus Deutschland kenne, oft schon Teil des Code of Conducts zum Beispiel. In dem Fall so etwas wie, Windows is hard to use. Und jemand sagt, no way, Windows is so easy that even my mom can use it. Das ist etwas, was sich gar nicht gegen eine Person richtet, die gerade anwesend ist, aber also Sachen wie Sexismus, Rassismus, Ageismus oder Ableismus wird halt darum gebeten, das zu vermeiden. Ja, interessanterweise diese vier Regeln sind nicht so super strikt. Die Webseite sagt dazu, we expect people to break these rules from time to time. Und tatsächlich würde ich sagen, in meiner Zeit dort habe ich erlebt, weiß ich nicht, so einmal pro Woche oder so war es bestimmt, dass jemand gegen eine dieser vier Regeln verstoßen hat. Und interessanterweise war es dann meistens die Person selbst, die das als erstes merkte, was ich dann sofort entschuldigte. Und das ist auch der beste Umgang damit, würde ich sagen. Also da wird es niemand super geschämt irgendwie, wenn diese Regeln gebrochen werden, sondern wenn das bemerkt wird, wird es entweder von einer anderen Person gesagt, was auch irgendwie total akzeptiert ist oder die Person selbst und entschuldigt sich. Und dann geht es weiter und lernt vielleicht ein bisschen was daraus. Neben diesen Regeln gibt es halt auch noch den richtigen Code of Conduct, den ich sehr gut und klar geschrieben finde. Wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr gerne mal reingucken. Und zusätzlich gibt es noch dieses Response Protocol, was sehr detailliert formuliert, was die Personen, die das leiten, also die Faculty, genau macht, wenn ihnen zu Ohren kommt, dass dann der Code of Conduct gebrochen wurde. Das finde ich auch ziemlich gut und super, das so transparent zu machen, so nachvollziehbar zu machen. Genau. Diversity and Inclusion, das ist auch etwas, was mir dort sehr stark aufgefallen ist, wie viel Wert darauf gelegt wird. Also als einfaches Beispiel irgendwie, dieser ganze Space ist zollstuhlgerecht zum Beispiel. Und Dinge sind, zum Beispiel Wasserspender sind in unterschiedlichen Höhen angebracht, damit Leute, die sitzen, die besser reichen können. Solche Sachen. Und genau auch, was Diversität der Teilnehmenden angeht, ist es so, dass dort halt gezielt Gruppen angesprochen werden, die vielleicht unterrepräsentiert sind bisher in Tech. Es gibt dann so weit, dass, also es gibt einen super Blogpost, den ihr findet, im Blog des Recurse Centers, um die Bemühungen, mehr Frauen, Trans- und Non-Binary-Personen dort hinzuholen. Und tatsächlich war es in meinem Batch so, dass über 50 Prozent der Leute, die da waren, in einer dieser Kategorien fielen. Und das ist, finde ich, super ungewöhnlich für so einen technisch fokussierten Kontext. Und das ist ein Umfeld, in dem ich persönlich mich total wohlfühle. Wo ich sehr froh bin, dass die da so viel Wert drauflegen. Genau, und das wird tatsächlich gezielt gefördert, auch durch diese Fellowships, wo sie Leute aus diesen Zielgruppen ansprechen und ihnen, ja, Stipendien anbieten im Wesentlichen, um dorthin zu kommen. Einfach als zusätzlichen Anreiz irgendwie, genau, um es ihnen einfacher zu machen, dort die Entscheidung zu treffen, teilzunehmen. Dann wollte ich euch noch ein bisschen was erzählen über Traditionen im Recurse Center, die mir gut gefallen haben. Zum Beispiel, hatte ich schon kurz erwähnt, gibt es halt eine recht starke Pair-Programming-Kultur. Wo zwei Leute sich zusammen vor einen Rechner setzen, irgendwie, und eine Person tippt, die andere guckt im Wesentlichen zu und hat so ein bisschen den größeren Kontext vor Augen. In dem Slang dort, hatte ich vorher, glaube ich, noch nicht gehört, ist die Person an der Tastatur der Driver und die andere Person ist der Navigator, so ein bisschen aus dem Autofahr-Kontext. Das finde ich eine ganz schöne Analogie so eigentlich, wo beide Personen eine wichtige Rolle haben. Und wo dann auch total üblich ist, dass irgendwie, weiß ich nicht, alle 20 Minuten oder sowas, mal die Rollen getauscht werden. Und was ich als super angenehme finde, dass beide Personen dabei viel voneinander lernen können. habe ich vorher total wenig Erfahrung mitgehabt. Irgendwie so ein paar Mal bei Gamejams habe ich das, glaube ich, ausprobiert. Aber letztendlich führt das zum Beispiel halt auch dazu, dass sich irgendwie Informationen über eine Software, die eine der Personen getrieben hat, total schnell verbreitet. Auch irgendwie die beiden arbeiten zusammen und dann überträgt sich so ein bisschen Informationen auf die zweite Person und die macht dann vielleicht mit einer anderen Person Twitter weiter und so. Und da verbreitet sich Wissen über dieses Projekt in einer größeren Gruppe. Das finde ich interessant. Und außerdem ist es einfach für mich viel, es macht mir inzwischen viel mehr Spaß, irgendwie mit einer anderen Person über so Probleme zu grübeln, als alleine vorm Rechner zu sitzen irgendwie und irgendwie festzustecken und nicht weiterzukommen und frustriert zu sein. Ja, noch so ein Effekt ist, dass man sich nicht so schnell ablenken lässt, wenn man zu zweit irgendwie vor dem Rechner sitzt. Es ist nicht so einfach, mal kurz Twitter aufzumachen und durchzuscrollen oder sowas, wenn die andere Person die Erwartung hat, dass man da irgendwie gerade produktive Arbeit macht. Das sind alles ganz coole, wieder ganz coole Dinge und das ist halt etwas, was dort sehr gezielt gefördert wird, zum Beispiel durch die Pairing Stations. Das ist ein Bereich in der vierten Etage. Im Wesentlichen sind das lange Tische mit jeweils einem Bildschirm und Tastaturen und Häusen dran, wo man sich halt zu zweit dran sitzen kann, irgendwie den eigenen Laptop anstöpseln oder sowas und irgendwie schon mal einen konkreten Ort hat, um Pair-Programming zu machen. und wo auch, das ist so ein bisschen ein Signal nach außen, wenn man an dieser Pairing Station sitzt, alleine, ist das halt das Zeichen, dass man Lust hätte, mit einer anderen Person da zu arbeiten. Und manchmal kommen Leute mit einem irgendwie auf die Schulter und fragen, ob man, also fragen, was man gerade macht und setzen sich vielleicht dazu und arbeiten mit. Das funktioniert sehr gut. Übrigens rechts an der Wand dieser, diese wunderschöne Lande, ich habe noch einen Gründer, sagt, Algebraic Data Types. Ich weiß nicht, wo sie herkommt und was ihr Kontext ist, aber es ist sehr gut, dass sie da ist. Algebraic Data Types ist aus der Haskell-Welt zum Beispiel so ein Konzept, dass man mehrere einfache Datentypen zu einem größeren zusammenbündelt sozusagen. Da hat vielleicht mal jemand eine Party zugeschmissen. Naja. Noch ein bisschen zur Infrastruktur, die es gibt. Es gibt ein internes Kalendersystem, das ich super angenehm zu benutzen fand und weiß nicht, alle paar Wochen kam immer jemand und fragte, die Faculty, ist das eigentlich Open Source? Können wir das auch benutzen so in anderen Kontexten? Und dann war die Antwort immer, nee, leider nicht. Das ist so eng verdrahtet irgendwie mit anderen Systemen, die wir haben. Und wir haben gerade nicht die Zeit, das irgendwie rauszuoperieren und zu Open Sourcen, auch wenn die Faculty das sicher gerne machen würde. Aber ja, leider ist das noch nicht so weit. Ich fand, dass das eine sehr, sehr niedrige Schwelle setzt irgendwie, was so die Gestaltung der Zeit dort angeht. Also alle Leute, die da einen Account haben, können total einfach irgendwie sich da einen Zeit-Slot reservieren und irgendwie eine Beschreibung schreiben und Leute einladen zu kommen. Nehmen sich irgendwie einen Raum, der gerade noch frei ist oder so. Also so ein bisschen wie Self-Organized Session auf Chaos-Events, nur mit einem angenehmeren Interface im Wesentlichen, was es Leuten leichter macht, Dinge zu tun. Ja, genau, wo man ein bisschen sieht, was, wenn Sachen parallel sind, natürlich auch nicht so super krass viel parallele Sachen wie jetzt bei einem Kongress oder so was, sondern vielleicht mal zwei oder drei Sachen gleichzeitig. Genau, aber ein bisschen intern entspannter ist das irgendwie schon. Und dieses Kalendersystem hat dann so Features, wie dass man auf diesen grünen RSVP-Knopf klicken kann, was im Wesentlichen heißt, ich habe Lust, da hinzugehen. Ich irgendwie kündige meine Teilnahme an und dann kann man schon mal so ein bisschen gucken, wie viele Leute kommen, worauf kann ich mich da einstellen, kommen vielleicht andere Leute irgendwie, die ich mag oder sowas und das dann mit denen zusammen machen. Genau, das fand ich einfach super angenehm zu benutzen und sehr flüssig irgendwie in diese Kultur dort integriert. Genau, noch so eine Tradition, die sie da haben, das ist der Coffee-Chat-Bot. Der ist im internen Chat-System, man kann sich bei dem registrieren für bestimmt Wochentage und was der dann macht, ist zufällig zwei Leute an diesem Wochentag irgendwie zusammenschmeißen und anzuschreiben und zu sagen, hallo ihr beiden irgendwie, gattet doch mal miteinander und nehmt euch einen Kaffee oder einen Tee oder geht spazieren oder sowas, um sich kennenzulernen einfach. Fühlt sich immer so ein bisschen an wie ein Blind Date ohne romantische Konzentrationen oder so. Also man trifft irgendwie auf eine Person, die man vorher nicht kannte und dann lernt man die halt kennen. Meistens bin ich dann tatsächlich mit der Person irgendwie draußen spazieren gegangen oder sowas, irgendwie ein paar Mal um den Block oder sowas oder zu einem Park in der Nähe und empfand das als tolle Technik irgendwie, um innerhalb der Gruppe irgendwie schnell viele Leute kennenzulernen, wo man sich vorher vielleicht nicht unbedingt, weiß ich nicht, nicht getraut hätte, die anzusprechen oder wo es einfach nicht dazu gekommen wäre oder so. Und wenn man das den Zufall streichern lässt, funktioniert das ziemlich gut. Ja. Genau, das interne Chat-System ist in dem Fall Zulip. Das ist so eine Open Source-Alternative zu Slack im Wesentlichen, was man irgendwie selbst hosten kann, die so ein bisschen noch eine klarere Struktur hat, finde ich. also bei Slack oder bei Other Team Chats rechts gibt es halt diese Channels, wo zu verschiedenen Themen irgendwie Kram reingeschrieben wird und wenn ihr das mal benutzt habt, kennt ihr bestimmt diesen Effekt, dass man das, weiß ich nicht, nach dem Urlaub aufmacht und dann sind da viele hunderte neue, ungelesene Nachrichten und dann hat man überhaupt keine Lust, die alle durchzuscrollen und weiß nicht, ich fühle mich dann immer sehr unter Druck, tatsächlich bis an den Anfang zu scrollen und jede einzelne Nachricht nachzulesen und so, ich denke, ich verpasse ja sonst irgendwie was. Und das fühlt sich einfach nicht gut an in diesem Moment und was Sulib anders macht, ist, dass da die einzelnen Streams nochmal eingeteilt sind in Topics, das heißt, an jede Nachricht, die man schreibt, hängt man noch so ein Subject dran, so ein bisschen wie bei E-Mail ungefähr, dass man sagt, diese Nachricht betrifft jetzt genauer folgendes Unterthema sozusagen und dann kann man hier halt irgendwie gucken, ob man sich jetzt um die Organisation von Name Tags kümmern will oder um Bouncy Castles oder so und das ist halt leichter zu gucken, in welchem Kontext man hat es und vielleicht auch für bestimmte Topics zu sagen, das interessiert mich eigentlich gar nicht, ich mutiere jetzt dieses Topic, dass da neue Nachrichten, die zu dem Thema kommen, keine Notifications mehr bei mir machen oder so. Finde ich viel angenehmer zu benutzen, so ein System und das ist halt auch dort seit vielen Jahren im Einsatz, irgendwie ist es total etabliert, hat eine sehr feingiedrigere Unterteilungsstruktur irgendwie und funktioniert total gut als internes Kommunikationsmedium. was da stattfindet, die Check-Ins, das ist auch eine freiwillige Sache, aber man wird ein bisschen motiviert dazu, in einem speziellen Check-In-Stream in diesem Solip, in einem Topic des eigenen Namens regelmäßig mal so berichten, was man eigentlich so gemacht hat oder was man vorhat in der Zukunft zu machen. Das ist so ein bisschen wie die Stand-Ups bei agilen Entwicklungsmethoden wie Scrum oder so, wo man sich zusammenstellt und Reihe oben mal erzählt, was man so vorhat und was man gemacht hat und was einen blockiert und ich habe tatsächlich versucht in meiner Zeit das täglich zu machen, habe mich morgens irgendwie meistens dann in den Space gesetzt, habe ein bisschen reflektiert, was habe ich eigentlich getan, was wären eigentlich gute nächste Schritte und so und das half mir sehr dabei die Zeit zu strukturieren und wie ich da verwacht habe und gab mir immer selbst noch so ein bisschen eine Guideline, wenn ich irgendwie zwischendurch mal einen Durchhänger hatte oder sowas und nicht wusste, was ich tun soll, nochmal in dieses Check-In gucken, was ich eigentlich vorhatte und mich da vielleicht ein bisschen zurück drauf konzentrieren. Genau und es hat natürlich auch gleichzeitig den Effekt, dass andere Leute erfahren, woran man eigentlich arbeitet und da vielleicht einige Punkte findet, wo man anknüpfen kann, wo man irgendwie kooperieren kann, Kollaborationen bilden, irgendwie sowas. Dafür ist es ganz praktisch. Genau, ich habe die Check-Ins, die ich geschrieben habe, mal auf meinen Blog getan, wenn euch da interessiert, mal drüber zu scrollen, da sind viele Screenshots und Code-Beispiele drin und so, kriegt ihr einen bisschen besseren Einblick, was ich da so getrieben habe. diese Monate. Ja, Check-Ins, das ist so auf der technischen Ebene und es gibt außerdem noch die Feelings-Check-Ins. Das ist auch ein freiwilliges Angebot, dass Leute, wenn sie mögen, das findet einmal die Woche statt, sich in einen Raum sitzen können, in den Kreis und einfach mal reihum erzählen, wie es einem so geht. Das klingt so ein bisschen Selbsthilfegruppen-mäßig und letztendlich ist es das auch. Aber ich fand das eine super Tradition und ein super Angebot aus mehreren Gründen eigentlich. Also es ist, ich fand es sehr angenehm, einfach zu wissen, wie es Leuten um mich rum so geht. Und innerhalb eines so ein bisschen geschützten Rahmens sind Leute halt auch irgendwie offener und haben eher die Tendenz, vielleicht das rauszulassen, als sie es so außerhalb davon wären. Und da ein bisschen was mitzukriegen, was Leute so beschäftigt, war total wertvoll. Und auch für mich selbst war es halt irgendwie eine tolle Übung, so ein bisschen in mir selbst zu kramen, wie es mir gerade eigentlich so geht und zu üben, das zu verbalisieren und mit so einer Gruppe zu teilen. Es war oft ziemlich befreiend und irgendwie, ja, etwas, was ich sehr genossen habe. Und es hat auch für viele den Effekt, dass sie merken, dass sie mit Problemen oder mit Sorgen oder Ängsten, die sie haben, dass sie nicht allein sind damit. Das ist total, finde ich total wertvoll, dass man nicht, also, ich weiß nicht, sonst redet man vielleicht außerhalb dessen nicht so drüber, weil das ist halt eher so ein sachlich-neutrales, technisches Umfeld ist irgendwie. Aber innerhalb dieses Kontextes findet man viele Anknüpfungspunkte, wo man denkt, okay, ich bin nicht die einzige Person mit diesem Problem. Und das hilft manchmal schon. Sowas wie Imposter-Syndrom zum Beispiel ist da ein großes Thema, definitiv, wo man um sich rum irgendwie sieht, was cooler Kram passiert und wie Menschen coole Dinge machen und sich dann selbst vielleicht denkt, ich weiß ja eigentlich gar nicht genug, um hier zu sein und irgendwie, ich passe hier nicht rein und ich täusche nur vor, irgendwie bestimmte Skills zu haben und könnte jederzeit auffliegen. So, dieses Mindset hat dort definitiv viele beschäftigt und das zu lösen ist nicht einfach, aber ich denke, zu wissen, dass man nicht damit ein anderes hilft. Schon mal. Am Ende der Spetsches werden Leute angeregt, an die Leute gerichtet, die das Verkürzender verlassen, noch mal ein bisschen aufzuschreiben, was man an ihnen schätzte, so ein bisschen Wertschätzung zu machen, Danksagungen, irgendwie, das sind die Niceties, dass man irgendwie ein paar Absätze schreibt. Genau, einfach, ja, Wertschätzung der Person gegenüber und die werden dann gesammelt, tatsächlich ausgedruckt auf Papier und den am Schluss in die Hand gedrückt und das ist so ein ganz schönes Artefakt, irgendwie, dass man am Schluss noch mal so ein bisschen gesammelte, naja, gesammelten Zuspruch und das ist irgendwie ein sehr warmes Gefühl, irgendwie das noch mal durchzulesen. Ja, fand ich auch eine gute Tradition. Und, naja, nach dem Ende der Zeit dort wird man quasi Teil der ehemaligen Community, wo auch noch total viel Kontakt da ist, aus meiner Sicht. eine Person, die früher mal ein Recursator war, also ich habe am Anfang diese Definition von der Webseite gezeigt, hier ist noch eine andere Definition, was Recursator ist, the world's best programming community with a three month onboarding process. Und das trifft es dann ganz gut, irgendwie, in diesen drei Monaten kommt halt so ein bisschen, kommt man so ein bisschen in diese Kultur und diese Community rein und danach ist es halt einfach über das Chat-System zum Beispiel Kontakt zu halten, irgendwie, es gibt halt über die Welt verstreut irgendwie so kleine, Hubs, vor allem in Hauptstädten von Ländern, irgendwie, wo dann Leute interne Gruppen machen, irgendwie, und sich nochmal treffen und so. Genau, und auch diesen Spirit von Recursator, kann man halt ein bisschen nehmen und, ja, einfach mit sich tragen. im Eingangsbereich hinter dem Aufzug liegt dieser Teppich, das ist noch unter dem, unter dem alten Namen Hacker School, wo unten steht Never graduate, das ist so ein, eines der Mottos irgendwie, dass man halt, dass die Zeit mit diesen drei Monaten nicht endet, sondern, ne, dass dieser Prozess des Lernens und irgendwie des gegenseitigen Teilens irgendwie danach auch weitergehen kann, das finde ich ein ganz schönes Bild. Joa, genau, wenn ihr euch noch weiter für dieses Thema interessiert, empfehle ich euch vor allem diese drei Seiten auf der Homepage, die sind auch oben in der Navigation irgendwie sehr, sehr sichtbar, also das ist die, die Bewerbungsseite, die so ein bisschen beschreibt, wie das abläuft, genau, es gibt ein FAQ und das Handbuch, das ist ein bisschen ausführlicher, ähm, ganz verschiedene Aspekte noch berührt, sicherlich noch viel mehr, als ich hier gerade euch erzählt habe oder mehr ins Detail geht bei anderen Sachen und mit den Seiten kriegt ihr, glaube ich, schon ein relativ umfassendes Bild, worum es da so geht. Ähm, wenn ihr später irgendwie Fragen zu dem Thema habt, talk to me, ne, also kommt gerne auf mich zu, löchert mich mit Fragen zu einem. Ähm, ich denke, also, ich habe so in den letzten Monaten irgendwie mit vielen Leuten geredet und mindestens zwei Leute, glaube ich, da hatte ich so den Einfluss darauf, dass sie sie tatsächlich sich beworben haben und genommen wurden und jetzt irgendwie Ende des Jahres da sein werden und das ist für mich total, total rührend, irgendwie zu sehen, ja, dass ich da so ein bisschen meine eigenen Begeisterung da offenbar weitertragen konnte, ja, und letztendlich dieses, dieser Never-Graduate-Anspruch irgendwie ein bisschen diesen Spirit zu nehmen und in die Welt zu tragen, ist jetzt auch das, was ich mit diesem Vortrag versuche, ja, genau. Ja, ähm, genau, die Slides gibt es unter dieser URL, ich bin Blinry überall auf Twitter, auf Chaos Social, GitHub, GitLab und so, da findet ihr mich und ansonsten kommt gerne, also, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Minuten für Fragen, irgendwie, wenn es welche gibt, ansonsten kommt gerne auch später nochmal auf mich zu, ja, danke euch. Da ist eine Frage. Wie sehr gibt es, also einmal wäre so meine Frage, wie sehr gibt es so den Druck quasi danach dann halt auch einen Job über die zu finden, weil das ja irgendwie so deren Business Model ist und dann wäre so die zweite Frage, ähm, was meinst du, wäre so das Coolste oder das Beste, was man vielleicht so in so einem Hackerspace implementieren könnte davon oder ist das so übertragbar? Mhm. Also, die erste Frage, wie sehr der Druck ist, irgendwie dieses Jobsucheangebot aufzunehmen, tatsächlich fand ich den quasi nicht existent. Ich habe da, also, ich zum Beispiel irgendwie hatte in dem Fall kein Interesse irgendwie in einer großen Firma einen Job zu suchen, habe das insofern nicht in Anspruch genommen, die Angebote, die sie da haben und da wurde in keiner Art und Weise irgendwie Druck auf mich ausgeübt, irgendwie, ja, also Leute werden halt einmal angesprochen, dass es dieses Angebot gibt, aber darüber hinaus geht letztendlich alles von den Leuten aus, dass sie aktiv sich an die Faculty wenden, irgendwie, um da das Angebot in Anspruch zu nehmen. Genau, das empfand ich halt sehr angenehm und was Übertragung, also, zweite Frage war, was man so in Hackerspaces übertragen kann, von diesen Techniken. Ich habe schon das Gefühl, dass zum Beispiel diese vier sozialen Regeln irgendwie in so einem Kontext, wo es viel um Programmieren und Technikgefickel geht und so, denke ich, ganz hilfreich sein können. Und das ist natürlich, also, im Fall des Recursors, ist das so ein bisschen von oben legitimiert irgendwie, dass es diese Regeln gibt. Es gibt irgendwie so einen Einführungstag, wo die vorgestellt werden irgendwie und wo einfach so ein bisschen es als Fakt dargestellt wird, dass es diese Regeln in diesem Space gibt. Das ist bei Hackerspaces halt sicherlich nicht so leicht zu etablieren, würde ich schätzen. Aber trotzdem kann man darüber reden und irgendwie sich so ein bisschen, also ich finde halt sehr geschickt, die so klar formuliert im Kopf zu haben zumindest, dass man, das macht es leichter, dass es einem auffällt, irgendwie, wenn sie gebrochen werden. Und ich denke einfach, das in Diskussion zu geben, irgendwie, wie man sich da miteinander verhalten will, könnte ziemlich hilfreich sein. Okay, dann sehe ich keine Fragen mehr. Ich danke euch sehr. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch.